Ringen. Seine Partnerin hat gemacht, was drin lag, hat ihr Potenzial ausgeschöpft, das braucht es. Plus eine Spitzenleistung von ihm, die ihm aber zuzutrauen ist, denn seine Übungen sind gespickt mit Höchstschwierigkeiten. Der Nijayev ist auch ein Allrounder, er hat also alle 6 Disziplinen im Griff, gehört zu den Top 5 weltweit. Hier kann er eigentlich die Beliebung auswählen, hier im Swiss Cup was er will zeigen, hier sehen wir eine wunderbare Schwalbe, Yamawaki im Kreuzhang, das ist obligatorisch, die Schwungelemente, also Doppelsalters in den Ring hineinhängen, die Cocktail gebückte Variante, wieder aufgefangen im Kraftelement, alles im Fluss, beim Bernijayev, passt das, der Stützwag drätscht genauso. Und jetzt der Ausgang, doppelt zu Kahara in der Höhe und Übersicht, easy, würde ich sagen, wenn man den Ringen über die Arne gestellt hat. Ist es natürlich überhaupt nicht easy, als die Kraftkombinationen vor allem auch am Anfang. Klasse. Also, wir haben Leistungen auf höchstem.